Fast & Furios Star Thuese Gibson, er wird wieder Papa Babyfreude bei Thuese Gibson, 39. Das letzte Jahr war voller Turbulenzen für den Fast & Furios Star, der Schauspieler lieferte sich einen abiterten Sorgerechtsstreit mit seiner Ex-Frau. Mit der Britin soll sogar nur eine Schein-Ehe geführt haben. Die dramatischen Ereignisse gehören für den Rapper jetzt aber der Vergangenheit an. Er und seine neue Frau erwarten ihr erstes gemeinsames Kind. Im Interview mit Pioble sprachen die Bald-Eltern über ihre unbändige Freude auf ihren Spross. Unsere gemeinsame Liebe, Energie, Magie und unsere Familien werden für immer miteinander verbunden sein, denn wir werden dieses Kind haben. Es ist unglaublich, erklärte. Für seine Herzdame habe es keinen besseren Zeitpunkt für die Schwangerschaft geben können. Es ist eine Menge passiert letztes Jahr jeder ist sich dessen bewusst und jetzt haben wir die Möglichkeit, ein neues Kapitel in der besten Art und Weise zu starten, schwärmte Samantha. Für ist es bereits das zweite Kind. Mit seiner Ex-Norma hat der 39-Jährige die gemeinsame Tochter Saula. Im letzten Jahr kämpfte das einstige Paar um das Sorgerecht für ihre 10-jährige Prinzessin. Diesen schlimmen Rosenkrieg haben die beiden mittlerweile hinter sich gelassen, sie teilen sich das Sorgerecht für ihr Mädchen. Schonj impairedich,... ... ... ... ... ... ... ... Bis zum nächsten Mal.